Schockierende Bilder aus der Tierwelt. Diese Aufnahmen sind Wissenschaftlern des Mammal Research Institute der Universität von Pretoria im Indischen Ozean gelungen. Ein Seelöwe vergewaltigt einen Königspinguin. Diese Aufnahmen sind Wissenschaftlern des Mammal Research Institute der Universität von Pretoria im Indischen Ozean gelungen. Ein Seelöwe vergewaltigt einen Königspinguin. Schockierende Bilder aus der Tierwelt. Ein Seelöwe vergewaltigt einen Königspinguin. Schockierende Bilder aus der Tierwelt. Diese Aufnahmen sind Wissenschaftlern des Mammal Research Institute der Universität von Pretoria im Indischen Ozean gelungen. Die Universität von Pretoria im Indischen Ozean gelungen. Schockierende Bilder aus der Tierwelt. Ein Seelöwe vergewaltigt einen Königspinguin. Diese Aufnahmen sind Wissenschaftlern des Mammal Research Institute der Universität von Pretoria im Indischen Ozean gelungen. Ein Seelöwe vergewaltigt einen Königspinguin.